Und, fangen wir los. Könnt ihr mal sagen, wo ihr seid? Am spawnen direkt, wir fangen grad mit Panzer... ...sonderes. Ach so, aber ich hab keinen C4 mehr, das ist kacke. Maximal ist zwei C4, da kommt irgendwas. Ich geh mal raus, ne? Da ist Sandy. Haha, ich bin ausgewichen. Ah, hier ist ein Sandy von uns. Aber ich hab keinen C4 mehr, ich kann nichts machen. Die töte die Endvertreter. Ja, einen habe ich noch mitgenommen. War ein bisschen lappig, aber wir schießen wieder. Aber wieder 4-4 gemacht. Der kommt wieder rum. Oh nein! Oh Gott. Auch hinter uns. Ich weiß. Jetzt rennt keiner mehr. Da rennt er rum. Entschuldige mal, natürlich. Wo ist er denn hin? Boah, kriegt er mir in Helder. Alter! So ein Wichsen! Oh shit! Da den Nachmann! Da den Nachmann! Schmeller! Gib mal zu B rüber, Jungs! Und er ist down! Und er ist down! Alles nicht überschlagen? Nein, Weaver! Thanks, man! Das schl... Das ist geiler. Na doch, solange ich seine Motoren noch höre, hört er uns auch. Äh, du brauchst ammo, oder? Wie sieht's aus? Äh, 9 von... Ich hab... 85 plus 9. Ja, geht noch. 94. Ja, alles easy. Alles easy. Warum zeigt er bei Dingen immer so schnell schon an, dass du errosch bist? Glauben, Alter. Ist da. Ja. Ah. Scheiße. Guck ich da rum? Aua. Ja, der hat nichts getroffen, Alter. Oh mein Gott, Alter. Mann, das Licht ist hier einfach viel... Was ist so gut, Alter? Alter, Markus macht hier so die Killstreaks, ey. Hinter uns wieder. Und vor uns alles Milch her. Oh. Wo denn? Panzermine. Nice. Ja, ich hab eigentlich den Harrison, den Lightning hinter uns geweiht. 3.600, 626 XP. Ich hab 5.000 gemalt. Nein! Äh, da drin steht den jetzt Handi. So, jetzt ist die Frage, ey. Ich glaub ich hab mit dem Panzerbrecher. Lightning. Ja, aber was sollst du? Ja, aber mit zwei Panzerbrecher können wir hier aufreißen. Und wir haben einen McRider unten drin. Da müssen wir aufpassen. Oh, ich bin heavy. Ja, ja. Passt. Nein, jetzt mach der zu. Mal, wir holen drei Lightning, oder? Wir holen drei Lightning, oder? Also. Panzerbrechend. Da, Panzerbrechend. Ah, der McRider ist ein Hacker. Echt jetzt? Ja, der Panzermini überlebt, hat gerade ein Drittel vom Leben verloren und macht One-Hit mit seiner Top-Waffe. Dann hinterher! Attacke! Wir haben die Einrichtung erfolgreich. Warte auf dich, Bruder. Wir sind so geplatzt. Gut, Markus, am Wegpunkt steht noch den hier Sandi. Du weißt, ich warte auf dich, es geht. Warte. Wo seid ihr? Wo ist mein PB? Nein, ne, mein PB. Hier oben da. Ich hab Angst hier. Wo seid ihr? Ja, bin bei dir. Warte, fahre mal los. Könnt ihr mal sagen, wo ihr es halt? Am Spawn direkt, wir fahren gerade mit Panzerbrecher-Lightnings hin. Ja, ich auch. Schaffen wir es da hinten, irgendwie so? Ne, ich glaub nicht. Also vor uns sind so viele Infanteristen. Na, das B. Ihr seid nur über die Straße fahren. Ja, ist halt okay. Guter Fahrzeug. Du hast Straßen, du hast nen Panzer. Ja. Und da auf der Nichtstraße, oh, da sind hier viele Infanteristen. Dann halt rein! Oh fuck, ich bin fast tot. Oh, nicht, oh. Wer von euch ist hier hinten reingefahren? Markus. Da. Oh, der Junge! Ich bin tot. Ich bin ganz klein. Ich bräuchte Reparatur. Wer in seiner Quäse ist? Oh, schärle. Der Reparatur? Er ist dann rechtlich halt. Ja, ist da ich sehe. Ah, er ist wieder leichte, Herr selber Schuhen. Ganz ehrlich, du musst lernen. Lernen? Nein, ich lerne. nice. Lernen, what's doing? rechte marcus wirst du punkte warum ach so ja heil mich recht so ein idioter foto danke marcus warum soll ich mir nicht zwei lappen dabei habe ich müsste ja was zu tun haben wir haben immer erst mal uns das heißt du bist immer der erste der stirbt ja jetzt bin ich vorrücken ist er hinter mir nein ich habe keine max gehielt jetzt sind wir wieder nicht auf der karte irgendwie und das genau vor dir ja aber ich sehe ich auf der karte nicht weiß wo ihr seid ich habe die außenansicht an aber geht trotzdem auf der karte nicht das finde ich voll behindert diesen neuen bug dass verbündete fahrzeuge nicht mehr sehen kannst du bist ja was ja die geschütze mal weg machen warte ich glaube man kann in diese base irgendwo reinfahren ja wenn man die schilder ding macht was mal auf mein lightning auf die man die kürze ein bisschen wir haben auch euch ein lightning aufpassen du sollst neben dran stehen und warten bis ich wieder zurückkommen werde ich nicht tun leitende sandara kommt ja schon er wird aber auch nicht so so war es hier raus waren alles glib slip und zeit bin beim generator ich überlade ich glaube wenn die base kommt man doch nicht rein habe mich getöscht es muss halt eine minute oder so warten dauert es nicht irgendwie eine minute ich habe da ein lightning ist ich lebe gleich nicht mehr so der hat noch volles leben ja bald nicht mehr zwei minuten das sind einfach panzerabwehr geschützt alter das krieger besuch er gibt es ihnen 130 ich habe es gesprengt ich würde auch gerade durch die lucht sprengen mein panzer steht immer noch ich ziehe es weil da ja 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 da liegen panzerminen drunter ja ich hab die mal weg 1 10 macht euch bereit ich hoffe ich kann so lange halten aber das wäre auch nur eine panzermine gewesen die hätte fotos panzer überlebt aber ich weiß nicht ne ich habe mich gesürtet ja eine überlebt 58 aber ich habe schon zwei stück hat weggelebt das heißt da kann jetzt noch maximal eine irgendwo liegen die wird nichts tun vierte 50 also wie lange dann gehen die zeit rum ungefähr genauso schnell wie die zeit im video vorantritt seid ihr bereit ja wir haben aber noch 50 warum sollen wir 35 sekunden vorm schild da unbereit sein kultur jetzt halt einfach gleich machen das sind schon seit zwei minuten ready davon ist den gegnerischen panzer dann hier eben die worten 20 warum bleibt nämlich ich bin voll am reich durch er ist schon gut das panzer wahrscheinlich das auch vor allem jetzt hat er mich wieder 987 jetzt geht er zu fotos panzer oder doch nicht aber er ist selber null leben alter weil ich sein leben waren einfach sieht man nicht mehr jawohl generator zerstört und rein mit euch guck dafür braucht man ab und zu mal eine leichte du kannst du auch mit einer schwerne ja aber du kommst nicht über so über die hübe drüber was ist das für eine missgeburt alter abfall gut war keine miene mehr gelegen ich lebe what the fuck wie groß haben die inzwischen den radios gemacht wo du nicht mehr hinlegen darfst ach so wie das hyper ja ich hab's gesehen einer der radios wurde ja riesig gemacht welcher radios von was fand sie mir liegen vorm fahrzeugding ja ich bin jetzt bald weggestanden eigentlich mehr was genau davor ich bin ja noch mal mit der dritten stand ich schon hinter meinem lightning und ich bin 13 geplatzt aber enthalten macht mich aber mein Leben ist so low alter man hat mich doch er kann ich nicht also sein spiel lieb nicht sein panzer lieben ja mein panzer hat auch infanterie leben